Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Übersicht, den Röfo-Podcast. Multidetektorkomputertomographie der Urolithiasis. Carol und Mitarbeiter stellen in ihrem Übersichtsartikel verschiedene Techniken und Ergebnisse der Multidetektorkomputertomographie sowie ihren klinischen Stellenwert in der Untersuchung der Urolithiasis vor. Die Urolithiasis ist weltweit eine häufige Erkrankung. Inzidenz und Prävalenz sind abhängig von genetischen und ernährungsbedingten Faktoren. Schätzungsweise 0,1 bis 0,4 Prozent der europäischen bzw. nordamerikanischen Bevölkerung erkranken jährlich an einer Urolithiasis. Dabei liegt das Verhältnis von männlich zu weiblich bei 3 zu 1. Das Durchschnittsalter bei klinischer Erstsymptomatik in Form von akuten Flankenschmerzen liegt in der dritten bis fünften Dekade. Urolithen werden nach chemischer Zusammensetzung und dem Kalkgehalt unterteilt. Die radiologische Diagnostik nimmt einen hohen Stellenwert ein und stellt hohe Ansprüche an die Expertise des Radiologen. Unter verschiedenen Verfahren nimmt die native Multidetektorkomputertomographie eine gesonderte Stellung ein, da sie nicht invasiv innerhalb von Minuten die exakte Diagnose liefern kann. Zur Akutdiagnostik der Urolithiasis wird die native Niedrigdosis Multidetektorkomputertomographie eingesetzt, da sie die Anatomie des Urogenitaltraktes hochauflösend darstellt. Mit dieser Untersuchung sind Aussagen über die funktionelle und anatomische Abgangsfähigkeit der Konkremente möglich. Deren Lokalisation und Größe stellen wichtige Parameter für die Wahl des therapeutischen Verfahrens dar. Da die Patienten keine Kontrastmittel erhalten, erfordert diese Untersuchung keine Patientenvorbereitung. Eine chronische Urolithiasis kann alternativ auch mittels Magnetresonanztomographie-Urographie abgeklärt werden. Insbesondere bei Schwangeren und Kindern ist die Urographie aus Gründen der Strahlenhygiene die Methode der Wahl. Hervorzuheben ist die kontrastmittelgestützte Multidetektorkomputertomographie, die als Alternative zur intravenösen Urographie bei der Abklärung von komplexen Abflussverhältnissen und bei Verdacht auf eine Funktionsstörung der betroffenen Niere indiziert ist. Kontraindikationen sind jedoch Kontrastmittelallergien, Niereninsuffizienz, Plasmozytom sowie unbehandelte Schilddrüsenüberfunktionen und akute Koliken. Fazit. Die Autoren plädieren für die Niedrigdosis-Multidetektorkomputertomographie als Goldstandard in der Akutdiagnostik einer Urolithiasis, da sie sicherer, schneller und effektiver ist als die alternativen Untersuchungen. Für Kinder und Schwangere sowie für Patienten mit bekannter Allergie gegen jodhaltige Kontrastmittel steht die Magnetresonanztomographie-Urographie als Alternative zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020